Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Taste of Berseria. So, ja, mein Sushi ist leider gegessen. Es ist ein anderer Tag, ein neuer Tag. Ich stehe hier und weiß gar nicht mehr, wo ich hin will. Ich bin gerade beim Frühstücken. Immer muss irgendwas sein, ne? Nicht im Stream, weil ich einfach nur wieder kurz aufnehmen kann. Da lohnt sich das jetzt nicht so. Und ich habe mich hierhin teleportiert. Letztes Mal. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Lalalala. Begib dich nach Palamedes. Mannanriffe. Ich kann mich hierhin, hierhin. Ich kann mich hier überall hin teleportieren. Huhu. Ähm, ja. Palamedes. Warte mal. Ich guck mal kurz, was hier eigentlich ist. Eine Muschulschale. Ähm. Es kommt jetzt vom Sushi. Ich schieb alles aufs Sushi. Aber es hat so gut gepasst. Er ist Tests of Berseria. Am Mittwoch gibt's Rahmen. Freue ich mich auch schon voll. Also, das ist Haria. Ich glaube, von hier bin ich los, ne? Oh, da gibt's ja noch Gespräche, die wir noch gar nicht gemacht haben. Hier. Hey, did you know that in our grandfather's grandfather's time, South Ghan used to be an independent nation? Nein. Midgand acted nice with us at first, asking us if we wanted to form a republic. But once they realized that we didn't have a king, they changed their tune and declared war. Well, we got rightly angry and joined together to fight them off. We met the attacking royal navy on the high seas. So, there was a naval battle? Yeah. If we had taken them up on their initial offer, maybe we could have avoided unnecessary death. The war raged for 10 years. By the end of it, both Midgand and South Ghan were in tatters. What a waste. Midgand is much larger and more powerful than South Ghan. Why did the war last so long? Every time South Ghan was in danger, a big storm would show up and sink Midgand's fleet. It happened many times. We South Gander started calling these storms Aminoche's Fury, or Aminoche's Divine Wind. Still, Midgand won, and South Ghan was taken over, right? Yeah, but even the great Midgand was forced to recognize South Ghan's demands in the face of Aminoche's Fury. Despite our loss, Midgand didn't interfere in our worship of Aminoche, or lay their hands on our temple. But now the Abbey has seized Aminoche's temple. I just hope history doesn't repeat itself. Mhm. Kann man doch jetzt ganz gut überspielen, dass ich mich, äh, ein bisschen verlaufen habe. Wir wollten erstmal die Gespräche machen. Dö, dö, dö. Ähm. Ah, okay. Alles klar, also warte mal. Hatte dieser Ausgang, äh, dieses Dorf hier nicht zwei Ausgänge? Ja. Hier durch. So. Hier muss ich, glaube ich, lang. Aber ich habe noch so ein, äh, Teleportationsding letztes Mal freigeschalten bei meiner Suche. Das heißt, da können wir uns dann gleich hinteleportieren. Oh, das ist ein Biggie. Hm. 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 Ja! Komm schon. Mein Gott, wie viel hat denn der? 3.600 und ich bin halb tot hier. Wenigstens habe ich genügend Rahmen. Ach, komm. Ja, okay. Sag mal, was halten die denn aus hier? Was kommt das, wenn man sich aufs Wehr spielt? Aber so sind halt die Gegner auch ein bisschen mehr Herausforderungen. Das macht ja Spaß. So. Doch, ich glaube, ich bin richtig. Das war schon hier. Jetzt müssen wir nur dieses Teleportations-Dings-Bump finden. Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt hier... Ich muss suchen. Ah, ich muss suchen. Lass mich in Ruhe. Oh, die geht ja gar nicht mehr weg. Oh, nö. Oh, Schuss. Gefährliche Treffen sind immer ganz toll. Wieso kann er nicht? Ah, ich bin fast tot. Sekunde. Ja, nehmen wir das. Natürlich, natürlich. Ach, wie blöd. Soll ich abhauen? Ich weiß nicht. Ah. Erst mal ihn wiederbeleben. Ich bin schon wieder halbtot. Das ist doch nicht dein Ernst-Spiel. Du kommst davon, wenn ich schnell weiter will. Ich muss unbedingt mal die Ausrüstung... Warte mal, die kann ich doch jetzt schnell anpassen. Also, wir haben das, das, das. Das ist gemeistert, der Windring. Okay, warte. Dann nehmen wir jetzt einen... Was uns alles schwächer macht. Toll. Nee, das nehme ich nicht. Keil ziehtstiefel gemeistert. Gibt es welche, die besser sind? Nicht wirklich. Nee. Das steigt noch. Meisterhaft. Oh. Hui. Ähm. Aber das taugt auch alles nix. Leeren Ring. Gemeistert. Halt, stopp. Wo war das? Ach, das ist ihr Windring. Ich glaub, das bringt alles grad nix. Also, es schaut für mich nicht so aus. Oh, es würde mir das irgendwie weiterhelfen. Weil die sind schon ganz gut ausgerüstet und müssen halt noch die Sachen meistern, die sie gerade haben. Oder, ähm, es wird sogar schwächer. Und jetzt im Moment habe ich lieber die gemeisterten Sachen, die gut sind. Scheiße, jetzt bin ich wirklich. Die falsche Schlange mit ihrem blöden Schutz und jetzt sind auf einmal alle tot. Das kann doch wohl nicht sein. Krass. Äh, das ist nicht in Ruhe. Oh Gott, was hat das für Sachen hier? Ähm. Ja, es sind fast alle tot. Das ist doch schön. Äh, scheiße. Das bricht ihm. Kurz im Kreis laufen. Nein! Ich brauch mehr Kaffee. Mh. Ach, es ist kacke. Ja, Leute, Mensch, was mach ich denn hier? Sowas doofes. Ja, das war jetzt blöd. Oh, ich muss die Expedition noch losschicken. Oder anschauen, was die überhaupt mitgebracht haben. Oh, dreimal Sieg. Perfekt. Ein schöner Fang. Ein Schatz. Thunfisch, Sojasauce, Trockenfisch, Seemonster, Materie. Materie? Materie? Materie. Rangetsu Basistraining. Mh, ja. Geh nochmal los. Die Gespräche können wir schnell überspringen. Nee, das war gar nicht der. Das war der. La, 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 bla, bla, bla. Ah. Dafür mach ich die Folge ein bisschen länger. Ja, 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 ja. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. So. Dann hatten wir das Gespräch. Und dann sind wir ja einfach nur hier raus und losgegangen. Diesmal speichere ich hier aber nochmal. Ah. So. Also. Wir müssen. Hui. Hier lang. Und ich glaub da vorne irgendwo. Oh, war das Teleportationsding. Oh, hier nicht. Ja, ich glaube auf der nächsten Seite eben jetzt. Hier. Was stand da? Ah, Korallenzweig. Ja, sammeln wir ein paar Korallen. Ist doch schön. Genau, da ist der fette Kerl. Ja, komm her, wir sind zurück. Da um... Na dann... Jetzt kommt's! Oh! Sehr gut! Ach, Brecher! Ich hab da vorhin den Becher gelesen! Ich hab mir gedacht, was für ein Spezial... äh... für ein Spezialangrückte Brecher! Kann ja sein, dass sie da irgendwie ganz was tolles mit Brechern, ne? So ablegig ist das in solchen Spielen gar nicht. Na also... Amphibol-Gürtel. Ein mit Amphibol geschmückter Gürtel verbessert die Steigerungsrate von Velvets Ausrüstungsbeherrschung. Okay. Alles klar! Sooo... wo ist es? Wo ist es? Ach, Mann! Wieso hast du mich denn schon gesehen? Ah! Hui! Ah! Ah, ich hab's gefunden! Da drüben! Aber jetzt bin ich woanders hinge... Moment! Ah, ich muss wahrscheinlich den... westlichen Ausgang nehmen! Eine hübsche Muschelschale! Oh! Ist die hübsche! Schauen wir mal! Kann ich hier durchgehen? Nö. Bin ich schon wieder woanders? Ja klar, von hier komm ich ja auch. Alles schaut gleich aus... schrecklich. Ja dann muss ich... Hier lang muss ich wahrscheinlich gehen. Oh Gott. Nee, auch nicht. Hier war ich auch schon. Hm. Okay, dann gehe ich hoch. Und gucke einfach mal weiter. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Vorlauf, damit ich da hinkomme. Also vielleicht muss ich hier noch einmal komplett durchgehen. Lalalala. Oh, guck mal. Ein roter Safran. Hm. Können wir ganz leckere Sachen mitkochen? Zum Beispiel ein Risotto. Lalalala. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, ich will jetzt einfach nur wieder wenigstens an der Stelle sein, wie ich letztes Mal schon war. Ich dachte irgendwie, ich würde es schneller finden. Obwohl, vielleicht bin ich ja sogar schon weiter. Nur, dass ich dieses Teleportationsding einfach nicht gefunden habe oder übersehen oder keine Ahnung was. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Weil mich meinen Orientierungssinn und wie gut ich gucken kann. Mhm. Hui. So. Da ist er. Haha. Hui. Benutzen. Also westliches Mananriff oder östliches? Westlich ist wo? Ach, da bin ich hier. Ah, schau. Das habe ich vorhin übersehen. Da war ich nämlich schon. Ähm. Zentral ist das, wo ich gerade herkomme. Dann bleibt noch östlich. Hm. Und da vorne ist eine Höhle. Also ich glaube, hier bin ich richtig. Oder ein Dungeon. Ja. Da vorne. Seht ihr es? Da ist was. Haha. Sehr gut. Oh Mann. Aber wieso war das Teleportationsding nicht schon am Eingang? Das gibt es ja nicht. Tempel von Palamedas. Südliche Ruinen. So. Hier wäre ja auch ein Speicherpunkt. Schiss. In meiner Panik letztes Mal. Ich war nämlich hier schon. Und habe gedacht, scheiße, hier ist kein Speicher. Ich bin halt hier hingelaufen. Und hier so, ah, hier ist kein Speicherpunkt. Da bin ich schnell wieder zurückgegangen und habe mich dann wegteleportiert. Damit das Sushi ja nicht kalt wird, ne? Ne, ich hatte auch noch Suppe. Zu meiner Verteidigung. Oh. Oh. Mhm. Geh mal rein, oder? Ja? Ja. 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 Alles, was sie mussten machen war, war es zu spätieren. Hier haben sie Wasser, die zu spätieren. Wie haben sie das gemacht? Sie können nicht den Meer wie ein Lager machen. Sie begannen mit einem großen Blöckchen in den Schallos, um einen Platz zu entdecken. Dann haben sie die Wasser geöffnet und die Flöcke geöffnetten. Als sie das genug Zeit gemacht haben, und die genug Platz zu spätieren, wurden sie zu spätieren in den Meer. Das ist mind-boggling, nicht wahr? Die Menschen glauben, dass durch solche große Herausforderungen zu bauen, sie können die Gefahr zeigen, dass sie ihre Gefahr zeigen können. Insofern, die aktuellen Forschung sagen, dass die Flöcke dieser Flöcke einmal auf der Flöcke liegt. Was? Sie sagen, ich bin falsch? Nein. Ich spreche nur was, in den Akademischen Journalen. Wie würde die Flöcke des Flöcke sinken in den Meer? Als die Empirien angefangen haben, die Lande verändert, und dieser Flöcke wurde durch die Flöcke geöffnet. Die Wissenschaftler waren able, dass die Flöcke und die Hüfte die Flöcke geöffnet wurden. Und ein Airtight-Seal rund um die Struktur. Later, die Menschen schraubten einen Unterseiten-Tunnel, um zu dem Tempel zu verbinden, um ihn zu seinem aktuellen Zustand zu bringen. Jetzt, dass du es sagst, ich glaube, ich habe das Buch auch leid. Ich habe das Buch auch leid. Revisierte Theorien über die ancient Architektur, richtig? Das ist der eine? Das ist der eine? Hast du es leid, Eisen? Nein. Ich habe nur die erste Edition. Hör, Du siehst? Mhm. Ah, es ist okay. Archeologie ist ein kontinuieres Prozess für neue Fragen zu stellen und zu entwickeln neue Entwicklungen. Die Teorien derzeit verändern immer wieder. Was ist eigentlich egal? Wir gehen einfach weiter.